Kann Allah Mord verzeihen, wenn man bereut? Allah subhanahu wa ta'ala vergibt alle Sünden, für die man bereut. Und es gibt hier die Geschichte, wo ein Mann 99 Menschen getötet hat und dann kam er zu einem Abit und er hat ihm gesagt, ich habe 99 Menschen getötet, kann ich bereuen? Dann hat er ihm gesagt, nein, dann hat er ihn auch getötet, dann hat er 100 getötet. Dann kam er zu einem Alim, zu einem Gelehrten, zu einem Wissenden und hat ihm dieselbe Frage gestellt. Dann hat er gesagt, ja, ich kann es bereuen, aber du sollst diesen Platz, dieses Land verlassen, wo du deine Sünden gemacht hast und in ein Land gehen. Also dort und dorthin, wo gute Leute sind, mit denen du dann Allah subhanahu wa ta'ala anbeten kannst und so weiter.